Ich springe fröhlich und ausgelassen wie ein kleines Kind durch meine Welt. Das ist meine Bühne, meine Vorstellung. Ich bin Autor, Schauspieler, Hauptdarsteller und Regisseur. Ein bisschen übertrieben meinen manche, ein wenig zu dick aufgetragen, ein bisserl zu bunt geschminkt und die Stimme. Die Stimme sonst in ein milden Bass sonores Gebrumm, das in den Gehörgängen zumeist als recht angenehm empfunden wird. Und jetzt, schrill überzogen an Pumuckl erinnernd, hüpfe ich kreischend durchs Haus. Angela, Angela, denn heute ist Daci-Tag. Ich backe hin und her gerissen von meiner Neuentdeckung Angela einen Hochzeitspflaumenkuchen mit Herz. Der Baum im Garten ist übervoll und gibt bereitwillig schon bei leichtem Schütteln eine ordentliche Portion seiner süßen Last ab. Ich bin in meinem Element. Extrem Daci-In. Kiloweise schleppe ich Zwetschgen, Mehl, Zucker, Butter, Eier und Zimt ins Haus. Meine Gesänge und die nicht nur sprichwörtliche Backofenhitze nagen hartnäckig an den Nerven der Beteiligen wie die sardische Maus an einem hundertjährigen Pecorino-Stückchen und die Stimmung erreicht bald den Höhepunkt. Dann endlich ist es soweit. Ich preise die ersten noch warmen Stückchen unter lautem Rufen an. Daci, frischer Daci, leckerer, frischer Daci, Daci schallt es durchs Haus. Linda überlegt bereits, mir den Daci-Teig in den Mund zu stopfen, damit dieses große Kind endlich Ruhe gibt. Adleen verweigert jegliche Daci-Aufnahme. Die Jungs träumen ohnehin von Schockvariationen und nur Elke schlägt sich mit einem großen Stück Daci auf meine Seite. Wenigstens freuen sich die Nachbarn über ihren Anteil. Dann endlich kommt die Nescha und stellt mit dem Verzehr eines weiteren Stücks den Daci-Frieden wieder her. Jetzt gehen wir in einer friedlichen Prozession an den Elbstrand. Meine Gitarre und ich mittendrin. Mal sehen, was ich heute noch anstellen kann. Die ihre Bebarung ist auf dem Weg. Ich bin nicht unterbrecht. Dann nochmal bei den L exercUpad und dann muss ich das mal wieder找en. Vielen Dank.